Mein Name ist Elisa Linseisen und ich bin Film- und Medienwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf der Ästhetik und Episteme des Digitalen. In meiner Forschung versuche ich immer Film und Computing miteinander zu kombinieren. Das sind sozusagen meine Overall-Forschungsschwerpunkte. Und in meinem aktuellen Forschungsprojekt untersuche ich, wie man ein Leben mit Algorithmen gestalten kann. Die zentrale Frage, die mich dabei anleitet, lautet so ungefähr wie mit Algorithmen Leben lernen. Und Algorithmen, das ist ja total breit diskutiert, arbeiten diskriminierend, ein- und ausschließend. Das machen sie funktionslogisch, weil sie Wirklichkeit binär kodieren und weil sie Wirklichkeit zielorientiert auf eine Lösung hin verarbeiten. Und mit diesen Eigenschaften werden Algorithmen von Großunternehmen monopolistisch im Plattformkapitalismus implementiert. Und das ist eine richtig blöde Kombination. Diskriminierende Medienlogik und monopolistisch organisierter Hyperkapitalismus. Und daraus speisen die Algorithmen natürlich eine irre Macht. Aber diese Macht, die darf nicht ohne die Anwendung, die Applikation gedacht werden. Also Algorithmen müssen überhaupt erst mal angewendet werden. Und das passiert zum Beispiel durch Application Software. Da ist die Applikation schon im Namen. Oder abgekürzt durch Apps. Also Apps wenden Algorithmen an. Und zwar wo? Sehr konkret. Im Alltag, im Leben der NutzerInnen. Also eine Antwort auf diese Frage, wie mit Algorithmen leben lernen, kann lauten, mit Hilfe von Applikationen, mit Hilfe von Apps. Und das ist für mich tatsächlich zentral, weil man diese Algorithmen mit ihrer diskriminierenden Eigenschaft und monopolistischen Implementierung und der Gewalt, die sie auch dadurch entwickeln, nicht als unumgängliche Gesetze wahrnehmen muss oder als Regeln, denen man sich alternativlos unterwerfen muss. Das ist möglich, wenn man über die Applikation nachdenkt. Die Applikation bietet Alternativen. Das ist mein Argument. Im Applizieren finden Auseinandersetzungen mit Algorithmen, also mit einer binären Machtstruktur statt. Und aus diesem Grund, genau in dieser kritischen Auseinandersetzung, verstehe ich das Applizieren auch als eine queere Methode. Denn gerade die Queer Theory, queeres Leben, haben ganz viele Strategien bereit, um mit binären Machtstrukturen umzugehen, um die zu hinterfragen, um alternative Lebensentwürfe anzubieten. Und die Möglichkeit der Applikation und des Applizierens, die suche ich oder die erforsche ich ganz stark mit Film. Denn gerade der Film als Medium in seiner Theorie, Ästhetik und Geschichte hat ganz, ganz, ganz viele Ansätze in der Auseinandersetzung mit machtgeladener Technologie. Mit auch Technologie, die ideologisch missbraucht wurde. Und wenn man auf aktivistisches Kino schaut, auf dekoloniales, queerfeministisches Kino, da gibt es super viele spannende Ansätze auf der narrativen Ebene, der formalen Ebene, ästhetischen Ebene, aber durchaus auch über die Art und Weise, wie Produktion funktioniert oder Distribution, wie mit vorgefertigten Codes, man könnte auch sagen Algorithmen, umgegangen wird und in der Anwendung Alternativen entstehen. Also ich möchte über Film als eine Anwendungstechnik nachdenken, die uns eben ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, bei einer Frage, die da lauten kann, wie mit Algorithmen leben. Am meisten an meiner neuen Aufgabe hier an der HfBK interessiert mich Ihre Arbeit, die Arbeit der Studierenden, die ästhetischen Verhandlungen, die politischen Fragen, die Produktionsweisen, die Sie als Studierende umtreiben. Und im Anschluss daran, wie man eine künstlerische Praxis mit einer theoretischen Praxis in ein produktives Spannungsverhältnis zueinander bringen kann. Im Zentrum meiner Arbeit steht ganz stark das Bestreben, Theorie als eigenständige Praxis zu verstehen, auch als eine Praxis, die durchaus medial fundiert ist und dementsprechend auch eine Ästhetik aufweist. Also ästhetische Theorie. Und da hätten wir dann auch schon die Referenz, die so mein Denken auch bestimmt. Und ich finde es total wichtig, diese Trennung, die ganz häufig gemacht wird, von Theorie und Praxis grundsätzlich in Frage zu stellen. Und daher ist es mir wichtig, in meiner Arbeit Orte zu schaffen, die überhaupt nicht von so einer Trennung ausgehen und ein theoretisches Denken und ein künstlerisches Denken als Praxis fördern und zusammenbringen. Und solche Orte sind für mich zum Beispiel das Seminar, also in der Lehre, wo man das gut machen kann, aber auch Orte, die in der Nähe zum Material sind, wie zum Beispiel das Archiv oder ein Ausstellungsraum oder aber so ein toller Raum wie dieser Raum hier, das Kino im Filmhaus, wo eine Nähe entstehen kann zwischen künstlerischer Praxis, theoretischer Praxis, den Personen, die diese Arbeit machen. Und ich glaube, dass genau aus einer solchen Nähe eine ganz besondere Qualität des gemeinsamen Arbeitens entstehen kann. Und das würde ich auch als meine Aufgabe in meiner Rolle hier als Professorin für Film und Medienwissenschaft begreifen, solche Orte zu fördern oder zu ermöglichen. Die Frage mag ich total, weil sie mich an eine kleine Übung erinnert, die ich ganz häufig zu Beginn von Arbeitszusammenhängen im Seminar oder auf Workshops oder Tagungen mache. Und das ist wirklich eine ganz kleine Übung, eine Fingerübung sozusagen, die den Titel Das Geben und Nehmen spiegelträgt. Ich habe die Übung kennengelernt über den Social Muscle Club. Der Social Muscle Club ist eine Zusammenkunft von internationalen KünstlerInnen. Das Spiel geht ganz einfach. Alle Personen, die da sind, schreiben auf einen Zettel, was sie geben können, was sie in den Zusammenhang einbringen möchten. Und dann schreiben sie auf einen anderen Zettel, was sie erwarten, was sie gerne nehmen möchten. Das wird in einen Topf gegeben und sei um vorgelesen. Und es ist ganz wichtig, dass man zuhört, dass sozusagen alle Erwartungen einmal im Raum sind. Und das Wichtige am Geben und Nebenspiel ist, dass es dann nicht darum geht, alle Erwartungen in irgendeiner Weise zu erfüllen, sondern dass man sich einmal so ein bisschen über die Mikropolitiken des Zusammenarbeitens Gedanken macht. Also vielleicht die Erwartungen, die man selbst hat, die Erwartungen, die aber auch die Institution hat. Also alles, was immer schon da ist. Und dass man dann in diesem gemeinsamen Nachdenken und dem Äußern aller Bedürfnisse vielleicht auf Dinge kommt, des Zusammenarbeitens, die jenseits aller Erwartungen liegen. Und genau das wäre vielleicht etwas, was Studierende von mir erwarten können, nämlich eine Auseinandersetzung mit den Erwartungen. Und was ich vielleicht erwarten würde, ist, dass die Studierenden Lust haben, beim Geben und Nehmen mitzuspielen. Hierzu gerne eine Analogie bedienen, nämlich, dass der Lieblingsfilm funktioniert wie ein Lieblingskleidungsstück, zum Beispiel ein Lieblingspulli. Wenn man diesen Lieblingspulli, wenn ich meinen Lieblingspulli anziehe, dann fühle ich mich sofort wohl. Das ist irgendwie schmeichelnd, das umgibt einen, im besten Fall sitzt das Lieblingskleidungsstück fantastisch und ist gut kombinierbar. Es geht also so ein bisschen darum, dass der Lieblingspulli und in der Analogie auch der Lieblingsfilm in den Gebrauch übergegangen sind. Es findet so eine Habitualisierung statt und ich kann auf den Lieblingspulli und den Lieblingsfilm im Alltag zurückgreifen. Und meine Position in der Welt in einer gewissen Weise moderieren auf die Art und Weise, die mir gut tut und in der ich mich wohlfühle. Und tatsächlich funktionieren meine Lieblingsfilme so ein bisschen wie Lieblingskleidungsstücke. Die begleiten mich im Alltag und gehen dadurch auch so ein bisschen über die Sichtung des Films hinaus. Das sind so kleine Filmschnipsel, die auch nicht unbedingt eine filmische Form mehr haben müssen und die mich begleiten. Also zum Beispiel liebe ich es, diese eineinhalbminütige Tanzsequenz am Ende von Claire-Denise Bauds-Arvay in der U-Bahn zu gucken, wo Denis Lavant zu Rhythm of the Night in diesem, ich weiß nicht was es ist, ein Tanzsaalinferno oder sowas abgeht. Und genau, diese Tanzszene macht mich einfach nur glücklich und die schaue ich mir super gerne an, wenn ich so unterwegs bin. Oder wenn ich an einer Zigarette ziehe, dann hoffe ich, dass dieser Moment manchmal so ein bisschen auf einmal in Slow-Mo ablaufen könnte. So einer Slow-Mo wie aus Xavier Dolan's Les Amours Imaginaires und die Szene dadurch so ein bisschen mehr Klemmer bekommt. Oder wenn ich Rihanna's Diamonds in the Sky höre, dann färbt sich meine Wirklichkeit so neonblau wie in Céline Schiamas Born de Fille, wo diese Freundinnenbande anfängt zu tanzen zu diesem Song. Das war jetzt keine richtige Antwort. Ich habe jetzt nicht einen Lieblingsfilm genannt. Das finde ich aber doch wichtig, die Frage korrekt zu beantworten. Und hier kommt noch ein Lieblingsfilm, Cat Content Next Level. Kedi, ein Dokumentarfilm von 2016 von der türkischen Filmemacherin Cena Turun, der von einer Realutopie erzählt oder diese Realutopie begleitet, dokumentiert. Nämlich das Zusammenleben von Straßenkatzen und Menschen in Istanbul. Und die Katzen sind so süß und es ist so wunderschön, wie gemeinsame Sorge von Tieren und Menschen füreinander stattfinden kann. Und ich glaube, dieses Bild ist der perfekte Abschluss. Und ich glaube, es ist so sehr. Und ich glaube, es macht mich etwas zu ihrem scissors abatori. Und ich glaube, es kommt vård. Und ich glaube, das euch kläre. Und wir Healthcare uns vor Ort und Fahrzeuge des você żeby ich sauan. Und ich glaube, es ist so zu früh, Aunt Stacy, doch ich bin einfach zu être puree nachunter이다. Und ich will nachmitteln warum... Und ich will nachmitteln sehen, was zu temos ne rapper... Ich weiß nicht du Fantasy wie muffinシbst und sch corporations. Vielen Dank.